Etwa 3000 Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg befinden sich in ordnungsrechtlicher Unterbringung. Das heißt, sie und ihre Familien sind wohnungslos. So das Ergebnis der Untersuchung des Sozialministeriums. Demzufolge hat das Ministerium vergangenes Jahr einen Förderaufruf gestartet, dem die Arbeiterwohlfahrt Reutlingen gefolgt ist und das Projekt FAWO, Familien in Wohnungsnot, gegründet wurde, um Familien dabei zu unterstützen, wieder eigenen Wohnraum zu erschließen. Auch in Pfullingen und Eningen unter Achalm ist die Wohnungslosigkeit ein Thema, das die beiden Kommunen stark beschäftigt. Sie bringen die Betroffenen dann zwar ordnungsrechtlich unter, es sei aber schwierig, gerade für Familien geeigneten Wohnraum bereitzustellen, so der Pfullinger Bürgermeister Stefan Wörner. Deshalb kooperieren Pfullingen und Eningen nun mit der Arbeiterwohlfahrt Reutlingen, bei ihrem Projekt FAWO, Familien in Wohnungsnot. Hierbei betreut die AWO die von den Gemeinden untergebrachten Familien. Da gehen Sozialarbeiter in die Familien und schauen, wo ist Hilfebedarf, wo ist eine Unterstützung notwendig, um auch wieder Individualwohnraum zu erschließen. Ganz wichtig zu schauen, wo lagen die Probleme, warum ist Wohnraum überhaupt verloren gegangen. Ganz arg oft Mietschulden, die da vorausgingen. Hier setzt die AWO an und versucht, die Probleme zu lösen. Dabei werden die betroffenen Familien in den unterschiedlichsten Bereichen unterstützt. Regina Meier ist für Pfullingen zuständig und betreut derzeit intensiv vier Familien. Viel geht es natürlich um Finanzen, also Papiere ordnen, unterbringen und auch gucken, passt die Finanzierung so. Ist vom Jobcenter alles abgedeckt? Was gibt es für Möglichkeiten zu arbeiten? Ja, vielleicht schon einen 450-Euro-Job von Familienvater drin. Dann geht es aber auch weiter, vielleicht auch schon mal Absprachen mit Schulen. Konkrete Lerntipps habe ich auch. Also auch bei ausländischen Familien, wo die Sprache nicht so ist, da ein bisschen auch schon bei den Hausaufgaben zu helfen. Also es ist alles drin. Gefördert wird das Projekt vom Sozialministerium mit circa 80.000 Euro im Jahr. Es ist zunächst bis Anfang 2023 befristet.